Heute haben bei uns die neun Auszubildenden, neun Stück an der Zahl, die wir ausgewählt haben aus über 100 Bewerbern. Die sind durch ein mehrstufiges Bewerberverfahren gelaufen, was schriftliche Tests beinhaltet, persönliche Gespräche, eine Selbstpräsentation sowie einen Sprachtest. Von der Ausbildung her hoffe ich mir eine tiefgehende, fundierte und effektive Ausbildung, um den Menschen in Not zielgerecht und schnellstmöglichst helfen zu können. Ich hatte mich dafür entschieden, weil ich zum einen schon immer ein natürliches Interesse für die Humanmedizin hatte und besonders die Notfallmedizin. Und da meine ganze Familie eigentlich auch aus medizinischer Richtung kommt, wurde ich in die Richtung so ein bisschen angestoßen. Weil ich jetzt schon zwei Jahre hier beim Deutschen Rutenkreuz Fulda als Rettungssanitäterin tätig war und ich gerne die Erfahrung auch als Notfallsanitäter machen möchte und halt auch gerne den Schritt gehen möchte, um halt auch Chef auf dem Auto zu sein quasi. Der Notfallsanitäter ist mittlerweile ein sehr attraktiver Beruf, der auch sehr gut bezahlt wird. Bei so einem Verband wie dem DRK in Fulda, bei der Größe mit dem ganzen Spektrum, was wir anbieten, besteht auch immer mal die Möglichkeit, wenn jemand dann doch mal aufgrund von Gesundheit oder so in einer Situation kommt, wo man ihm mit einer anderen Stelle weiterhelfen muss, ist man da bei einem sehr großen Arbeitgeber, der da auch Möglichkeiten hat.